So, nächstes Let's Play und auf geht's! Nummer 4 Richtig geil! Da kann man echt nicht meckern über so ein Hobby-Remake. Also Wahnsinn! Ja, ein bisschen Wasser, okay. Das wird wohl erstmal nichts, okay? Was ist das? Das kenn ich. Ja, gab's doch schon mal. Ich weiß gar nicht, Folge 1 oder 2? Ich muss wieder springen oder so. Uuuuh. Noch so viel zu entdecken. Hm. Was machen wir? Vielleicht können wir runter ins Wasser und dann mal gucken. Was ist das denn? Oh. Alles klar. Das habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet, aber es sah irgendwie so auffällig aus. Aber das sieht nicht so gut aus. Kann ich das irgendwie zerstören oder so? Guck. Ja. Ja. Alles klar. Ja. Ja. Okay. Sehr gut. Was ist da oben? Alles klar! Komm her! Puh, ich glaube hier ist doch schmuck! Das sieht doch schmuck! Ah, okay! Okay! Wie geil ist das denn? Ich bin nicht sicher, ob es das ist. Na? Ich ahne es schon. Oder auch nicht. Ich dachte schon, der... ... steht auf. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Aha! Hm! Hm! Neuer... Neuer Rüstung! Geil! Jawoll! Geil! Okay, geil! Klack, klack! ... ... ... ... Und nochmal zurück. Okay, im Wasser bin ich immer noch langsam, aber das macht ja nichts. Jetzt muss ich die Frage, wie ich da hochkomme. Vielleicht über diese Seite oder so. Okay, anscheinend nicht. Okay, daneben nicht. Okay. Oh, was er eigentlich da ist? Spektakulär. Okay, gut. Ach Gott, was mache ich denn? Ey, ganz ehrlich. Voll schön sagen. Alles klar, mal abspeichern. Und bis zur nächsten Folge. Wollen wir mal glotzen, ne? Bis gleich.